Egal was wir tun, ob beim Einkaufen, im Bad oder in der Uni, jeden Tag produzieren wir unfassbare Mengen an Müll. Im Jahr sind es durchschnittlich ganze 617 Kilogramm Abfall pro Kopf. Schier unmöglich scheint es daher ein Leben ohne Müll zu führen. Bea Johnson hat das geschafft. Seit 2008 lebt sie mit ihrer Familie müllfrei. Am Donnerstag, dem 9. Juni, hat die in Amerika lebende Französin in der Uni Münster einen Vortrag über ihren Zero Waste Lifestyle gehalten. Wir haben sie danach zum Interview getroffen. Was, was das bedeutet? Wenn wir über ein Konzept sprechen, ist es als ob es eine Ideologie ist, etwas nicht wirklich zu tun. Für uns, Zero Waste war niemals ein Challenge oder ein Projekt. Von dem Beginn, es war ein Lifestyle. Was würdest du sagen ist das hardestste Teil von Living Zero Waste? Das hardestste Teil von Zero Waste Lifestyle ist zu finden ein System, das funktioniert für Sie. So, wenn ich angefangen habe, ich bin ein bisschen zu viel excited über die Homemaking. So, ich habe angefangen zu machen, mein eigenes Brat, mein eigenes Soymirch, mein eigenes Waste, bis ich herausgekommen war, dass es nicht für unsere Hosepholden war, vor allem mit zwei voll-time jobs, zu tun diese Dinge in der langen. Und, für uns, es war ein Zero Waste Lifestyle, nicht ein Projekt, wir hatten zu finden alternativen, das wir sehen können für den langen. So, das ist dann, dass wir die Extremität nicht mehr machen können. Insofern, wir haben unsere eigene Brat, für zum Beispiel, wir haben unsere eigene Brat, wir haben unsere Brat zurück in die Bakery. Insofern, wir haben unsere eigene Cheese, wir haben eine Brat. So, es geht darum, zu finden ein System, das funktioniert für Sie. Das ist wahrscheinlich das hardest. Ein sehr impressionant von deinem Gespräch war, »Buying ist Voting«, kann man das erklären? Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich die wichtigste Teil meiner Rede, und ich sage es am Ende. »Buying ist Voting«, weil jedes Mal wir kaufen, wir haben die Macht, wir haben die Macht, eine Sustainable Praxis oder eine Unsustainable Praxis. So, jedes Mal wir kaufen, wir haben die Macht, das ist okay oder das ist nicht okay. So, wenn wir kaufen kaufen, wir haben die Zukunft, die Zukunft mit der Package haben. So, wenn wir kaufen in bulk oder secondhand, wir unterstützen diese Systeme, und es ist ein Weg für uns zu investieren, in eine mehr Sustainable Zukunft. »Bäer, es ist immer schön, zu sehen, deine brighte Augen, zu sehen, wenn du über deine Zero Waste-Lifestyle. Für diejenigen, die heute missen Bäer haben, sie haben eine zweite Chance in Münster. Sie sprechen bei der TEDxMünster Konferenz in 2016. Sind Sie schon glücklich? Natürlich bin ich glücklich. Ich bin glücklich, um zurück zu Münster zu kommen und ich hoffe, ich habe mehr Zeit, um ein bisschen Tourismus zu machen. und ich hoffe, aber schon will das – ここ?